Herzlich Willkommen bei Conqueror's Blade. Wir greifen die verbogene Stadt um. Ich glaube zumindest das war die verbogene Stadt. Ich kann es mir wohl nicht nur merken. Das ist die Hafenstadt. Ganz knapp. Und ich habe ein Team. Also jetzt ein, ein, ein. Diese Kanonen. Wie nennt sich das? Ein Haus. Ein deutsches. Gerade die zweite Runde mit denen. Jetzt geben wir die Kanone. Da kommt schon wer raus. Das ist scheiße. Nicht getroffen. Kacke. Wir laufen bei uns vorbei. Ich mach schnell nach. Es hat immer noch ein Angriffsteam. So jetzt. Wir sollten da was gegen tun. Wenn ja nur. Scheiße. Gibt es hier nur Schreibe? Wir wachen über das Imperium. Leicht an. Auf die drei. Vernächtet sie. Schiebe-Duzi. Wann ist die nur schieben? Ja. Warte Zeitung einig. So seid ihr bleibt hier. Wir wachen über das Interium. Naja, hat leider unser Schiebe-Dutz gekostet. Aber das war schnaller und ist gleich rangegangen anscheinend. Ja, könnte ich den nicht mehr nehmen. Können wir den da noch schieben? Naja, kann man nicht. Okay, dann wechseln wir mal. Der Atom ist schon dran. Was ist das hier? Ach, also mich. So, du warst schon als erstes. Ach jo, was ist das? Nehmen wir mal die hier. Nehmen wir mal die Idioten. Angriff! Habe ich jetzt hier Skilled? Die beiden Ratan-Dudes, die würde ich mal ausprobieren. Also hier diese, die ich jetzt habe. Und... Hier waren die anderen, die Pieken. Ich weiß noch nicht heiß und glaube ich auch Ratan-Pieken. So. Guck mal her meine Kleinen. ... Uh, ha! Da sind gleich mal Goldene. Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! und du bist jetzt nicht auf der Front und kannst irgendwas machen. Ne, das gibt's halt nicht, ne? Das ist ein Botchen. Dann hole ich mir mal schnell neue Dudes. Oh, hier. Die hole ich mir auch noch. Die sind als nächstes auf dem Plan. So eine Assassine, die du ewig nicht triffst. Ich hab dich versucht mit einer Datsache kaputt zu machen. Keine Schnitte. Die machen da ne Rauchbombe und dann sind die quasi, ich weiß ja auch nicht, 80, 90% nur am Ausweichen. Triffst die quasi nicht. Da können wir ja schon wieder so ne Wichser. Wie kommt er denn? Ja, jetzt kräft mal an hier. So, wenn sie denn hier runterkommen, dann haben wir da drauf. Da war einer schneller. Ja, genau. Gott, nicht mal so gesund hier. Aber die waren zu schnell, die haben sich zu schnell runtergefräst. Oh, ich wollte eigentlich noch was draufhören. Oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich noch was draufhören. Na, wir verpissen das mal. Wir können noch ne dicke Granate draufhören. Da, schön auf dem Haufen. Wat, wat, wat? Wie konnte ich den verfehlen? Nicht wackeln, Jungs. Da treff ich euch doch nicht. Ich hab ihn schon wieder nicht getroffen, oder was? Hä? Ist er unsterblich? Weichen die aus, oder was? Oh, 200 geb ich denen mit meiner Kampf. Na gut, dann wird's Zeit für die richtigen Dudes. Ratan hat da jetzt nicht so viel gebracht. Die können halt nicht alleine tanken, ist das Problem. Ach man, das vergesse ich auch nicht. Was weiß ich, was das für ein Duesch das hier ist. 20 Kills aber. Ich mach immer hin. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Die hier. Das sieht nicht Yuga aus. Ach scheiße, jetzt kommt hier schon wieder Kavalerie. Das ist super scheiße, da hätte ich doch jetzt nicht gewechselt. Schnell, 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 schnell. Da hin, da kommt gleich die nächste. Ach du Scheiße. Was geht hier ab, alter? Ist das völlig geisteskrank, oder was? Oha, und dann hat einer von uns ne Kanone besitzt hier. Oder wo kam das Ding grad her? Ich hab ja mega die Stelle. Ich muss erst mal entdecken. Jaaa, ich bin nicht sicher, ob die hier noch irgendwie lange herrschen lassen, aber ich bringe den 6-Mann-Körper-Sitz. Da heilen wir uns. Ei, 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 ei. Oha, ziemlich ungesund. Wie haben wir denn schon verloren? Wir haben noch 400 Truppen. Ui, 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 ui. Da kommen ja schon wieder seine Typen runter. Ich hab wahnsinnig. Nochmal zurück, Jungs. Oh, was war das da? Das da? Wollen wir noch mal neue Almonie. Ist ja gar nicht gut aus. Da kommt schon der nächste wieder raus. Eilt euch mal über Jungs. Ach du Scheiße gibt das in die Fresse. Ah bin ich sicher was ich machen soll. Am liebsten würde ich auf den Turm. Oh ich glaube wir kommen da nicht mehr hin. Wir brauchen nämlich A ganz dwingend. Was die da unten machen. Ich hasse es. Machen wir gleich mal zwei. Oh mir nicht. Oh da kommt halt die goldene Lütte. Keine Schnitte. Ja ja ja. Ist doch gut Jungs. Mann Mann Mann. Voll in die Fräse. Der eine hat 200 bei dem. Krass. 130. Naja aber nicht so erfolgreich. Am letzten Dude. Jetzt müssen wir hier nochmal voll rein pushen. Wahrscheinlich werden wir hier einfach weggemacht. Da müssen wir uns kurz entscheiden wo wir hingehen. Da lassen wir die Dings. So. Jetzt aber los. Keine Zeit. Jetzt sitzt da oben so. Und drauf flinken. Wo ist die jetzt Jungs? Ich sehe nichts. Ich sehe richtig gesetzt. Da leben glaube ich. push 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 push. Oh 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 da müssen wir raus. Nice. Hat der uns gekriegt die Sau. Oh oh oh. Ja aber ich denke das war's gewesen. Ja 70 Kids haben wir gemacht. Auch nicht die Welt. Aber es gab ja auch Ultra in die Fresse. Ist halt alles schwierig, vor allen Dingen wenn halt so viel Kavallerie unterwegs ist Du machst da halt nicht viel gegen Es gibt einfach nicht genug Einheiten zum Kontern für Kavallerie Lass mich mal bitte in Ruhe Ich bin da mal Jetzt nachts, gut, überhört sich nicht noch mal zu sterben Jetzt krieg man hier noch so einen Bob Hüscht, lass mich Hey, 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 sind wir gescheitert, ey? Heldenkits haben die mal fast doppelt so viel Naja, dritter Platz, immerhin, wo man eigentlich macht Wieder Menge Kavallerie Na, ein bisschen Schaden haben wir immerhin ausgeteilt Was habt ihr hier so? Oha, war auch fleißig Und hier auf jeden Fall, oh, das hat man ja gesehen Ja, dann würde ich sagen, das war's für die Folge Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder Tschüss.